Leider scheinen die warnenden Stimmen der angeblichen Verschwörungstheoretiker einmal mehr Recht zu bekommen. In einem äußerst propagandistischen Beitrag hat das ZDF kürzlich dafür geworben, dass die Zukunft des Zahlungsverkehrs bei implantierbaren RFID-Chips liege. RFID ist die Abkürzung der englischen Bezeichnung Radio Frequency Identification, was zu Deutsch heißt Identifizierung mithilfe elektromagnetischer Wellen. RFID-Chips sind lediglich millimetergroße Mikrochips, die vorzugsweise unter die Haut der Hand eingepflanzt werden. Auf ihnen können Daten per Funk gespeichert und ausgelesen werden. In Schweden sei bereits ein Pilotprojekt zur bargeldlosen Bezahlung über solche RFID-Chips im Einsatz, schwärmte der Moderator Klaus Kleber in der betreffenden Sendung und ließ einen Softwareentwickler unwidersprochen Werbung für die angebliche Sicherheit der RFID-Technologie machen. Unter anderem behauptete dieser Folgendes. Wirklich unabhängige Software-Experten widersprechen solchen Behauptungen vehement. Sollte die Bezahlung per Chip eines Tages tatsächlich zum Standard werden, dann wäre der Standort jedes gechippten Bürgers bei jeder getätigten Bezahlung gerade durch das verwendete Lesegerät sofort nachvollziehbar. Dadurch ließen sich nicht nur für Geheimdienste, sondern auch für professionelle Hacker und Verbrecher jeder Art mit einfachsten Mitteln präzise Verhaltensprofile erstellen. Es würde dadurch völlig transparent werden, wer wann und wo einkauft, essen geht, das Kino besucht oder öffentliche Verkehrsmittel nutzt. Dies wäre die Geburt des absolut gläsernen Bürgers. Und leider besteht wenig Grund zur Hoffnung, dass diese Form der totalen Überwachung noch sehr lange auf sich warten lässt. Denn was der Moderator Klaus Kleber freundlich lächelnd ankündigt, steht seit vielen Jahren als fester Plan auf der Agenda globaler Elite-Netzwerke. Und genau diesen Elite-Netzwerken gehört Klaus Kleber an. Denn er ist ein Mitglied der sogenannten Atlantikbrücke. Dies ist eine Elite-Organisation, die als deutsche Filiale des unwahrscheinlich mächtigen globalistischen Elite-Clubs CFR, Council on Foreign Relations, gilt. Das heißt folgendes. Der bekannte Hollywood-Produzent, Geschäftsmann und spätere Politikaktivist Aaron Russo brachte kurz vor seinem Tod ans Licht, welche Ideen Nikolaus Rockefeller vertrat, als er ihn zur Mitgliedschaft beim eben genannten CFR, Council on Foreign Relations, bewegen wollte. Das Ziel der Agenda ist eine Weltregierung zu schaffen und jedem Bürger einen RFID-Chip zu implantieren. Alles Geld soll sich nur noch in diesen Chips befinden. Es wird kein Bargeld mehr geben. Rockefeller sagte mir direkt, dass sie das erreichen wollen. Das ganze Geld wird in deinem Chip sein. Wenn man anstelle von Bargeld Geld auf seinem Chip hat, können sie jeden Betrag, wann immer sie wollen, entnehmen. Und wenn man dagegen protestiert, können sie den Chip ausschalten und du hast nichts mehr. Du kannst kein Essen mehr kaufen. Du kannst nichts mehr tun. Totale Kontrolle über die Bevölkerung. Die wollen eine Weltregierung unter ihrer Kontrolle. Dies war der Grund, warum sich Russo gegen die Mitgliedschaft beim CFR entschied, dessen Tochtergesellschaft nun über ihr aktives Mitglied Klaus Kleber offene RFID-Werbung im deutschen Fernsehen betreibt. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, entweder wir erwehren uns dieser Entwicklung mit aller Entschlossenheit oder die totale Überwachung wird unsere völlige Versklavung an die von Aaron Russo geschilderte Elite bedeuten. Helfen Sie mit, verbreiten Sie als ersten Schritt diese Sendung und packen Sie mit an, damit diese besorgniserregende Entwicklung gestoppt werden kann.